so moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play terraria ja 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 ich wollte heute weiter am weihnachtsmannhaus bauen beziehungsweise in der wolke mit dem weihnachtshaus ja wie auch immer so vielleicht noch ein paar geschenke abstauben gucken ob da noch was droppt so die folge müsste dann am zweiten weihnachtstag rauskommen steht am 26 genau das so ich habe die richtige rissi hier so so kein geschenk dabei nö egal gehen wir mal einfach so rüber eine quest kann ich auch noch mal machen aber nischt jetzt beziehungsweise nicht heute oder habe ich noch die alten stühle tische mal nicht naja egal soja das können wir mal aber ach scheiß drauf sind eh noch nicht wirklich ausgewachsen so wieso da hängen hängt er ab gut jetzt wollte ich die zweite etage dran bauen wo habe ich die materialien da so so hoch hatte ich das wollte ich sagen so hoch hatte ich das wollte ich sagen eigentlich hätte ich auch mal das bild wieder aufrufen können was ich wieder ausgesucht habe so so schon mal von außen noch mal von außen dicht schon mal noch mal so und jetzt will ich dann eine treppe haben machen wir die mal so hier soll sie mal anfangen ja habe ich holz dabei nee kommen wir uns mal fix noch plattform ja gehen wir so hin passt ja so das müsste theoretisch in blöcke und co sein ist es auch so ich nehme erstmal holz hier passende candy cane plattform gibt es ja nicht nicht aber macht nichts so passt doch wunderbar so so blödes hitz Blut-Mode, na ganz groß Kino, egal. Scheiß auf das Headless-Set jetzt. Nö, muss ich das so wegmachen. Da müssen wir noch mal was ausdenken, da sind nicht ganz so viele Viecher nerven. Oh, Mechanical Skull, alles klar. Ja. Wie war es für einen Gefreiheit mache ich das ja immer. Häh? Achso, doch, könnte aufsitzen. Munderlich schon. Mh, sterben. Hammer, suche ich. So. Äh, erstmal kann ich halt die Plattform nach oben was, wie wir es damit mal. So. Und das müsste sogar... ...so wie... ...ja, das ist eben ein breiter Essensieg. Auch wurscht. ...ja... 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 ...fackelfarben, farbenfackeln, whatever. Äh... So, zwei Geschenke. Oh, Candy Cane Block ist auch mal ganz gut. Ach, das ist schon wieder so ein Scheißvieh angegescheißert. Äh... ...grün... ...grün... ...ja... ...ja... So, mal gucken ob das reicht. Mh, machen wir es so. Smart Curler ist an. So, machen wir es erstmal hier. Wir brauchen echt mal diesen, diesen Zementmixer da. ...ja... 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 ...das muss natürlich auch erstmal der, ähm... ...Körperling-Mersion ankommen. Und den dann auch haben vielleicht mal, so... ...zu Abwechslung. ...ja... ...schick aus mit diesen leuchtenden Gelanden da... ...neben Weihnachtsbäumen. ...ja... 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 ...ja, die Tür aufgemacht hier. Einfach so. So, und hier auch noch. Und dann hätten wir das schon mal. Und dann baue ich ein Dach drauf. Was mal... ...gibt's noch was da? So... ...gut, das geht. Das ist schön. So, Dach, Dach. Ich mache mir Dach. Und das... Ja... ...ja... ...nach großer Flachwitz. Äh... Ach, das ist noch viel. Ach, das ist noch viel. So... ...zum Beispiel. Wann sind da viele Viecher? Na gut, das ist ja auch eine Blutmundnacht. Da gibt's bohren nicht nur andere Viecher, sondern auch... ...deutlich mehr. ...ja... ...und hat wieder so einen Sack die Tür aufgemacht. Wird ja mal gar nicht. Ähm... ...ja... ...da kommt der nächste mal... ...Hapier auf. Siebenhundertster HP... ...na dann. Äh... ...tutututun... ...n... 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 ...das soll nicht passen. Sooo... ...so... ... ... ... ... ... ... ...ohh... ...haut der die Wände raus. Jetzt kommt das mal... ...quäller natürlich wieder... ...es schön unpassend. ...neun... ...machen wir's mal so. Ja... ...ja... ...genau jetzt hat den Smartphone aus. Und da hat schon wieder die Tür aufgemacht. Das reicht's. Ja... ...mach mal die Tür auf. Damit ihr euch auch kehlen können. Ähm... ...da... ...so... ...machen wir den Plattform-Trick. Ich will jetzt in Ruhe bauen. Ne... ...ne... ...die ganzen Viecher. Nur jetzt aber. Aaaaah! Aaaaah! Sooo... ...so... ...ja... ...ohh... ...das kloppt der nächste rum. Die wirkt ins Ohr. Santa Claus was Lane. Ah super. Ganz großes Kino. Egal. Deshalb... Schicksal. Mh... ...dit... 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 ...loch ist richtig. Jo... Und dann wollen wir das mal längst zusammen führen. Da kommt natürlich von der anderen Seite der nächste Zombie angescheistert hier. Bumm. So weiter. Ist das richtig? Müsste eigentlich richtig sein. Wir testen wir das mal an indem wir nur die unteren Zeiten fertig machen. Super. Da ist es bei zweimal oder what. Gudi. Da könnt ihr so viel anklopfen wie ihr wollt. Gudi. Das ist mir auch schön aufgepeilt. Abgepeilt, whatever. so der wird schon nächsten morgen wieder kommen und heißt weiterhin santa claus so das dach erstmal so weit grundlegend fertig da ist er schon zu weit aber auch wie es ist genau richtig und es ist endlich tag geworden glaube ich ja jetzt nervig 22 22 22 22 so ich war auch von der blickrichtung ab so wird schneller irgendwie dass wir die maus ganze zeit noch bewegt hin und her so und hier dahin hängt nicht von der blickrichtung ab ist mal so mal so ganz großes kino so jetzt erstmal die scheiß ich wollte schon wieder fliedermäule sagen natürlich hapinen killen die mir hier auf die nüsse gehen so naja so geht es ja nur auf jetzt geht es in beide richtungen wieder auf das ist gut so wie machen wir das hier santa claus has arrived da bin ich wahrscheinlich im falschen haus so schon blöd wenn er nachts stirbt dann ja genau tut also sachen so ich brauche einfach eine zweite treppe direkt runter drüber meine ich das andere drunter da war ja das pudding äh jetzt ist natürlich irgendwas liegen geblieben nö doch nicht so muss das doch gewesen sein so genau dann treppe sehr gut so das brauche ich doch noch mal zu das gefällt mir nicht so ganz hundertprozentig oder ja kommt man auch durch das ist genau die hauptsache das sieht irgendwie so schief aus das liegt wahrscheinlich an dem Licht da ran äh das ist noch breiter mal gucken mal gucken so grün äh rot grün blau 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 das nicht den braucht er auch nicht egal ganz so plaks mangel plaks mangel noch ein plack so platz machen meine ich natürlich ich könnte uns ein froskohle ein bisschen aufhalten egal ich wäre jetzt diese wand bauen die folge wird dann aber überlänge haben weil ich will das auch noch fertig brauchen dekorieren zumindest die grundform sag ich mal oder ich mache heute wirklich drei folgen 2 2 ja komisch aus klar Sieht mir schon blöd aus, aber was soll das? Gut, weiter hier. Jetzt sehe ich gerade irgendwie was anderes. Warum ist genau da so eine Lücke? Na egal. Nein, ach. So, jetzt haben wir das schon mal. Gut, jetzt wollte ich als nächstes was anderes bauen. Dazu brauchen wir, glaube ich, Stein. Und dann gucke ich mal, was es noch so gibt. Ja, regnet. 718 HP schon. So, holen wir uns jetzt mal Stein. Da zum Beispiel. Und noch ein Geschenk. Candy Cane Block, auch gut. So, wo ist Le? Da oben. Na ja, will ich das bitte mal beschildern. Aber er hat gleich das Richtige erwischt. Kling. Wie löst das aus? So, schon besser. Oh, wo der mal, genau. Warte mal. Oh, geht das Licht da durch. Das müssen wir nochmal korrigieren. Oh, nicht jetzt. Crafting. Stein. Äh, was? Nein. Aber fast. Der wird nicht auch Stein gebaut. Äh. Äh. Nein. Aber fast. Äh. wenn wir schon mal hin ist. Ich dachte, ich könnte die Plattform hier zurück verwandeln. wird damit. Holz glaube ich zwar auch nicht. Aber man kann sich mal gucken. Ja. Ähm. So und so. Doch. Fireplace. Ja. Grey Brick. Ah. Goodie. Grey Brick. Holz. Und noch was anderes, was ich gerade vergessen habe. Ja, die Folge sieht sehr nach Überlänge aus. Egal. Haben wir vielleicht noch Grey Brick? Ja. Zum Beispiel. Wo wir ihn jetzt schon bauen können. Äh. Ja. Ah. Fuck ey. Gut. Macht ja Sinn. So. Oh. 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 Tür auf. Tür zu. Ja. Wo baue ich ihn denn hin? Hier vielleicht? So. Und jetzt will ich mal was probieren. Ah. 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 Meine Fresse wieder dieser Dings versehen nicht angelassen. Oh. Ein bisschen falsch, aber. Könnte genau das sein, was ich vorhabe damit. Ganz schnell. Oh. 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 So. Ich glaube, ihr könnt euch so eigentlich schon fast denken. das ist ein bisschen blöde jetzt hier da hilft ja nix so gucken wir mal ob das alles so halbwegs klappt ist eben eine kleine lücke so blöde drin aber gut das ist falsch hier und das war schon mal wieder an das ist schon fast viel aber egal bisschen breit aber macht nichts also breit wollte ich es eigentlich nicht haben aber naja gut ja diese kleine fitze erkennt man jetzt nicht so gut da hat er die rote blöcke brauche ich jetzt genauso breit passt sogar wie angegossen breite von drei muss es ja auch irgendwie sein bei dem was ich vorhabe so noch ein höher so ein bisschen das haus überragen so passt es doch naja so ist wieder mein pet zu gehen hier so ja es soll schornstein werden wie offensichtlich und wie gesagt ich orientiere mich ein bisschen an dem haus was ich da auf den screenshot gesehen habe aber halt nur so ein bisschen ja gut schon größtenteils aber also die wände sind anders super und die dächer sind halt nicht angestellt ja riesenunterschied Prozent wie auch immer und es schneit schon wieder erregnet schneit schneecknet ähm ja es ist mir ein bisschen nicht steil das ist mir ein bisschen zu steil sag ich zu schräg so so wie wir es damit einfach mal ausblenden dann kann man das auch ein bisschen ohne sich dazu eher dass er die achse wieder weht das ist mir ein bisschen zu dünn dann machen wir es mal sooo so jetzt noch so doch noch ein bisschen dicker vielleicht so ja so kann man es erstmal lassen obwohl Moment mal da kann man doch auch ein bisschen tricksen so vielleicht na komm schon so vielleicht ja irgendwie so bisschen schrumm und kief aber egal so ja da hat auch schon ordentlich eins abbekommen aber ist halt so ist halt Schicksal jut ja eigentlich wollte ich die Hütte noch ein bisschen mehr probieren obwohl eins kann man noch machen das mit dem Fackel das mach ich noch mal schnell so na schnell ist relativ aber ich machs noch mal das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus der ist ein bisschen aus der Reihe hier der Block der müsste eigentlich einen Leiter nach rechts äh das mach ich noch mal schnell komm was soll der Geist äh flupp 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 ja genau ein Schornstein da wo auch raus kommt praktisch kleine Design Tricks äh ja wie auch immer so jetzt bräuchte ich mal was in Rot Rubina war schon wenig egal können wir was draus bauen Red Torch zum Beispiel 1 2 3 machen wir erstmal ein neues Stück und dann sortiere ich das nochmal ein und dann mal gucken was ich als nächstes mache und ziehen wir das einsortieren ja komm machen wir gleich mal direkt directly so ich wollte rote haha ähm ja so gut dass es nicht geht so ja bisschen hoch oh ich hätte nie gerne heller läuft wie gehabt aber gut ist halt so es gibt bestimmt auch welche die heller leuchten aber gut so hat er rötlichen leucht vielleicht mache ich jetzt nochmal ein grün später aber soweit ist es jetzt erstmal fertig so ja gut da kommen wir nicht rüber aber es macht alles nichts vielleicht mache ich noch so ein Mechanismus damit sie da schnell durchkommen und jetzt gehe ich jetzt mal einsortieren das machen wir mal eine schnelle Variante ja genau einfach nachgegen fliegen egal das ist alles wenn das künstliche krams und krams krims krums ja komm hier erstmal hier wup 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 hmm do it all pause it all ne quatsch kriegt es dick gedöns irgendwie so da wird nichts mehr drin sein komisch habe ich da irgendwas rumsortiert ne ok ja äh so und so und was hatte ich noch raussortiert ich glaube die die Fackeln waren hier hm ja guck ich auch noch so Wolken wieso kann ich die nicht einsortieren nein ich glaube so Beleuchtung muss ich nochmal schnell war da oben gerade eine Beleuchtung ne ja hier war die Leuchtung und zwar kommt das hier rein nix deck ne geht nicht so wurscht ähm Weihnachten pot it all da hätten wir auch als Favorit lassen können weil weil und so und überhaupt so gut dann dann würde ich sagen bei einer Überlenkfolge war ich so lahmarschig war den fertig zu bauen jetzt vertiziert sich das wiederum egal krieg's deck joa haben wir schön ein bisschen mehr Geld als vorher und obwohl wir Weihnachtssachen gekauft haben aber die sind ja relativ günstig und ich auch ja wahrscheinlich was anderes mache muss ich mir nochmal überlegen beziehungsweise gleich weil ich wohl gleich im Anschluss weitermache wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und ich verabschiede mich wie immer mit einem bis den dann und mit einem frohen Weihnachten heute ist ja der zweite Weihnachtstag beziehungsweise wenn die Folge auskommt so egal tschüss hehehe 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 hehehe